Was geht Leute? Mein Name ist Lotte, Danny, B-B-B-Bernic. Willkommen back zu einem neuen Video, heute mit einem Gast. Der Rucksack mit dem Rackheimrucksack ist auch am Start und ja, red weiter. Hat deine Acker Munition? Ja, ja klar, frisch gelernt für dich, damit ich dich zerstöre. Aber nicht, dass du mich unbedingt kannst, oder? Ja, ein bisschen vielleicht so. Okay, aber wir machen heute ein Wer bin ich? So was habe ich noch nie gemacht, aber sollten einige von euch kennen. Und zwar, Wer bin ich? ist ein Format, wo ich denke mir ein YouTuber und er denkt sich ein YouTuber. Und es muss ein deutscher YouTuber sein, vielleicht auch ein Tickchen bekannter, damit es fair ist und damit wir die gleichen Chancen haben. Und dann werden wir uns gegenseitig die ganze Zeit Fragen stellen und der eine darf so lange Fragen stellen, bis man mit Nein antwortet. Dann ist es vorbei. Und solange man mit Ja antwortet, kann man immer mehr Fragen stellen. Man darf aber nur mit Ja und Nein antworten. Und wenn man Nein gesagt hat, dann frage ich zum Beispiel, nachdem er mich gefragt hat. Okay, du musst nur sagen, dass ich gewinnen werde. Ja, er wird auf jeden Fall verlieren. Okay, weißt du, wir machen das gleiche Spielchen. Wir machen Xing, Shang, Shang. Okay, komm. Okay, Xing, Shang, Shang. Was hast du? Stein. Ich schwöre, ich habe ein Blatt, dieses Video. Habe ich mehr als eine Million Abonnenten? Ja. Bin ich ein Mann? Ja. Ja! Ähm, bin ich Les Player? Ja. Bin ich Gronkh? Nein. Habe ich weniger als eine Million Abonnenten? Nein. Oh, schade. Okay. Okay, nice. Spiele ich Minecraft? Ja. Mache ich Vlogs? Hm, selten. Nee, 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 eigentlich gar nicht, nee. Also ich habe mehr als eine Million Abonnenten und ich mache bestimmt kein Gaming. Hä, da kann man, hä, nein, das ist... Nein, also ich mache eher, sag ich mal, entertaining, nicht im Gaming-Bereich. Nein, nein, du musst, ähm, du musst mich was fragen, weißt du, du musst eine Frage stellen. Nein, ich mache Real-Life-Videos. Mache ich, du musst dann fragen, mache ich Real-Life-Videos? Mache ich Real-Life-Videos? Nein. Oh, doch, 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 ja. Aha, da will jemand schummeln hier. So, ähm, und ich mache auch Gaming dann. Ja. Und, äh, okay, jetzt wird es interessant. Mache ich Reisevlogs? Ja. Ah, ha, 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 ha. Ich weiß, bin ich, äh, der gute alte Unge? Nein. Nein? Okay, scheiße. Oh, mein Gott, okay. Fuck, ich dachte Unge bin ich, Mann. Okay, komm, fahrrad. Ähm, oh, man, also, okay, 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 okay. Ich muss überlegen, was ich sage, weil das ist, das ist echt, also, das ist echt so schwer. Ja. Ähm, bin ich mit Unge befreundet? Ja. Bin ich Dehner? Nein. Mann! Okay, also. Ich weiß, wer. Bin ich mit Krong befreundet? Ja. Bin ich der gute Sarazer? Mann, ja, weißt du. Oh, shit. Okay, rate weiter. Ähm, bist du Paluten? Nein. Also, das mit Vlogs, das hatte ich aus, es gab noch nie einen gescheiten Vlog von mir direkt, sage ich mal. Also, es gab mal Real-Life-Videos, aber kein Vlog, so. Weißt du, wie ich meine? Mache ich Videos mit Facecam? Nein. Bin ich Kisjo? Ich weiß nicht mal, wer das ist, was. Ah, okay. Oh Mann, ich will's wissen. Ah, bin ich German Let's Play? Ja. Oh mein Gott. Das Witzige ist, wir haben gestern noch über Jamlet's Play ein bisschen geredet. Also, als wir geskypt haben. Und jetzt, ich wusste ganz genau, wenn ich ihn dran nehme, wirst du nicht an ihn denken. Äh, es ist ja voll Bullshit, Alter. Okay, wir haben uns jetzt ausgedacht, was wir als nächstes sind. Ähm. Okay, du, diesmal fängst du an, okay? Okay, alles klar. Habe ich unter 100, äh, unter eine Million Abonnete? Ja. Mache ich Gaming Videos? Ja. Mache ich Call of Duty? Nein. Okay, mach. Habe ich erst eine Million Abonnete? Nein. Äh, mache ich Real Life Videos? Nein. Okay. Äh, mache ich Let's Plays? Also, man kann sagen, ja, also du machst Gaming Videos quasi, ja. Aber Let's Play ist so ein komischer Begriff, weißt du? Ich mag den nicht so. Mache ich Minecraft Videos? Nein. Ich bin kein Gamer, ich bin kein Real Life Typ. Bin ich ein, ein, was bin ich denn, Alter? Was gibt's denn heutzutage noch auf YouTube, Mann? Du bist, ich habe doch nicht gesagt, du bist kein Gamer. Achso, achso, okay, gut, okay, gut. Ich bin ein Gamer, alles klar. Hä, ja, weil, okay, jetzt habe ich dir was, egal. Du kommst eh nicht drauf, aber du kennst ihn. Okay, warte, also ich bin ein Gamer und eine Million Abonnenten und mache Minecraft. Nein. Nein, du hast, ich will nicht so viel verraten, was du nicht gefragt hast. Okay, nein, 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 ist okay, nein. Mach du. Nein, nein, du musst fragen, bis ich Nein sage. Ja, ich habe gefragt, ob ich Minecraft mache und du hast Nein gesagt. Achso, ja, doch. Achso, Minecraft mache ich, okay. Ja, das ist heute meine Frage, du Schlauchkopf. Okay. So, ich mache Minecraft. Mache ich andere Spiele außer Minecraft auch noch? Ja. Habe ich über 100.000 Abonnenten? Ja. Habe ich unter 500.000 Abonnenten? Nein. Mache ich Videos mit Facecam? Ja. Bin ich per Looten? Also auch. Nein, bist du nicht. Oh, scheiße. Bin ich, warte, wen gibt es da alles noch? Bin ich irgendwie mit Unge befreundet? Ja. Mache ich mit bei den ganzen Minecraft-Projekten wie jetzt Waro 3 zum Beispiel? Ja. Bin ich Herr Bergmann? Nein. Keine Ahnung. Okay, hau raus. Mache ich Call of Duty Videos? Ja. Oh. Oh. Oh, shit. Aber ich brauche eine Hase. Nein. Nee. Nein, keine blauen Haare. Nein. Ich weiß, wer ich bin. Okay, warte, jetzt. Ich bin doch bestimmt ein Paluten. Nein. Ah, Mist. Okay. Ihr kennt es aber. Ihr kennt es, aber ich weiß, es ist so schwer wie das. Das ist ein guter Pick, finde ich. Ähm. Hast du eine Frage? Bin ich Miskabasa? Nein. So, warte, jetzt wird es interessant, Alter. Ich muss mich beeilen. So viele Call of Duty YouTuber gibt es da nicht, ne? Okay. Ähm. Bin ich... Äh, wohne ich in Köln? Das weiß ich leider nicht. Okay. Ähm, das heißt, ich bin... Äh, ich weiß nicht, wer ich bin, Mann. Wer bin ich, Mann? Das ist echt schwer, sich meine Frage auszudenken, ne? Krank, Alter. Wer kann ich noch sein? Hab ich, äh, auf meinem Kanal... Was gibt es denn dann, Alter, für YouTuber? Dann bin ich irgendwie... Äh, Alter. Ist das schwer. Ja, bin ich Danny Burlitsch? Nein. Oh, Mann. Ich weiß es nicht. Du wirst... Äh, der ist richtig schwer. Du kennst ihn auf jeden Fall. Boah, das pisst mich so an. Ja, ja. Ah, ich kann dir als kleinen Tipp geben. Er macht nicht nur Facecam und er ist seit neuestem wieder so mit Facecam angefangen. Seit nicht so langer Zeit macht er Facecam-Videos. Ah, bin ich Gommel-HD? Nein. Bin ich einer Tricks? Nein. Sag, sag ihm mal. Sag. X-D-Solution. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Du kennst ihn sogar sehr gut eigentlich, so solltest du, so von früher noch so. Und jetzt, ja, oh mein Gott. Und du? Und du bist Zombie. Zombie. Oh, den kenn ich sogar sehr gut, ey. Oh, Mann. Oh, das war schwer. Äh, link in der Beschreibung zu, ähm, so sagt. Und wenn wir auch ein Video auf seinem Kanal machen. Ja, willst du noch was sagen? Ich würde sagen, der Russack mit der Racka im Rucksack packt dir seine Racka ein. Macht weiter ein Ratatatata. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay, ich sag, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, er zeigt wie. Badass. Ihr seid und liked dieses Video. Schaut auf meinen Kanal vorbei. Mehr Videos, die ich produziert habe. Und abonniert jetzt um unsere Nation-Beistritt. Ich sage 3, 2, 1. Ciao. Okay, Leute. Mein Name ist Danny. Tschüss. Willkommen back to fly in the house. Oh, ist laut. Oh, mein Gott. Ist das ein Game? Oh, man hat irgendwie...